Der Mensch hat immer versucht, etwas jenseits von Zeit und Denken zu finden. Und beim Suchen verfängt er sich. Es gibt zu viele Fallen und Versuchungen. In der absoluten Stille von Geist und Herz, wenn sie vollkommen frei sind, entdecken sie es selbst. Und diese Freiheit offenbart ihnen durch ihre reine Beobachtung, ob es das gibt, was unsterblich, grenzenlos, jenseits von Zeit und Raum ist.